Auf M bist du reingekommen, okay. Mit Mario. Dungeons. Tatsächlich. Ey, das ist ja auch ein Player, Dante. Natürlich bist du da alleine drin. Ich mache auch den Dungeon. Ja, Tina. Immer lesen, ne? Das ist ein Solo-Dungeon. Och, ich kann aber nicht lesen. Ich wette, ich schaffe den. Ich hau den so um. Warum soll ich den nicht schocken? Nein. Dungeon. Normal Dungeon, meinst du das eine Ding, ne? Ich habe mal Epic Boots. Den 35, ja, ja, ich habe es schon. Dreimal getraut. Ich krieg mal Epic Boots, ey. Easy. Ich pull jetzt einfach alle hier, ey. Ich laufe einfach durch wie ein Terra. Wie Terra. Ich pull auch alles. Ist ja auch easy, gerne. Ich mach ja gar keinen Schaden, die Fischer hier. Wenn du ein bisschen weiterläufst, hast du so ein komisches Fass, was ich kaputt machen kann. Als Tipp für Rumpis. Das ist dicke Damage auch hier. Ich kriege, ne? Ich kriege auch dick Damage. Ich kriege auch dick Damage dabei. Okay. 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 Ich hätte mir vielleicht mal die Essen und Potions kaufen sollen, ne? Okay. Okay. Das war's für heute. Oh, ich hab den Boss. Oh, oh. Was ist der schon down? Ich seh's grad, der hat ja gar kein Leben mehr. Schwächlicher Boss. So, was mein Epic Boots? Ja, der hat ne Liege. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das? Was ist das denn? Was ist das denn, Junge? Alter, mit dem größeren Liegen, ne? Meiner ist schon tot. Welcher Tod? Komplett der Endboss? Weiß ich nicht. Hallo. Schon dreimal. Ich spawne immer mehr Apps. Einfach mal weiterlaufen. Ah ne, da ist der Endboss der Konfette. So. Okay. Ich bin jetzt bei dem. Und wieder so, was er so kann. Wie. 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 Das war's für heute. Ich hab so krass im Mana Problem, das ist Wahnsinn. So, jetzt ein Boss. Oh, that spin to win. Ja, aber im Sinne der Seite so Kanonen. Das wüsste ich auch. Wahrscheinlich hat er das Schalke von dem, oder? Ja, das ist wahrscheinlich ein Schalke von dem, ja. Ah, das ist gut. Ja, das ist gut. Ui. Ja, das ist gut. Ich mach... Da ist mal 50 Prozent. Komm, ne, jetzt kommt irgendeine Cutscene. Warum war's dann immer dunkel? Was passiert denn jetzt? Toll. So, Drogo kommen uns. Boah, dicke Kanonen von den Seiten. Das war's. Boah. Da. Geht mit Boots? Nein, Blauboots. Boop. Was passiert hier gerade? Mein Auge hier ganz schön. Ich bin wahrscheinlich recht tot. Ich hab halt irgendwie... Verständnisfehler. Ah, jetzt ist es vorbei, die Phase. Mein Auge juckt. Oh, why, oh, why. Die Phase... Genau, forma分 ok. Oh, ich hab empfangen. Ganz auf... Ach. Ich komme auf den Skill nicht klar. Der hat echt ein bisschen zu kurz. Das ist ganz cool eigentlich, aber wie oft willst du denn machen, so ist die Frage, dass ich alle Schuhe habe der Welt. Wo ist jetzt meine Trashest? Hallo. 3 Minuten 38 habe ich gebraucht, hat sich viel länger geführt. Muss ich auf Exit drücken, fängt ein paar Minuten. Schaut. Seid. Schaut. Schaut. Ich habe das viele andere, die du gerät. Unlucky. Du missierst deine Anstrengungen? B. Du musst niemals missieren. Ach so. Auch gut, dass die Picture in den Ladebildschirm immer noch auf koreanisch sind, ne? Klar. Right here. So. Oh, da ist mein Torwart. Ich muss erstmal jetzt gerade meinen Epic-Boot zahlen. Geil! Nice! Blaue Boots. Wenigstens für meine Klasse. Oh, ne, wieder mit. Ach, schon wieder mit dem Troll. Ich muss erstmal kurz hier wieder Stein upgraden. Okay. Party, dann ist es jetzt 38, okay. Habt ihr schon die Rewards eingesammelt? Was für Rewards? Achso, ja, hab ich schon mal drauf gedacht. Aber mit dem Kerl glaub ich noch nicht. Titel. Tina fragt, wo denn? Ich weiß nicht mehr, welche Tasse das war. Top Secret. Escape und dann Titel losgehen. Aber gibt's keine tollen Kittel hier? Ich will Titel, die Scheiße. Sap toracht. VHS. Support Das auf der Abpf 16. Die Box. Bartomb. Abpf 16. Vorvor. Abpf problems. Abpf 16. Abpf 16. Abpf 16. Nice, get set. Okay. Set. ich brauche Hilfe wirklich der spin-to-win bot man da rein ich kann mein spin-to werfen das gilt ich weiß immer noch bei 37 7 60 mal nicht was zeigt dieses ziel minus das ist weiß ich nicht ich glaube das ist auch sowas wie die steine increase control point bei zwei kris healing geben bei 6 ich weiß es nicht um nicht zu sagen ich weiß es nicht ich glaube da sind auch irgendwelche buffs für dich aber man muss wieder irgendeine schnüftrolle benutzen willst du mich verarschen ich hab'n timer um die scheiß schütze schnüft schnüft vier abwägen möchtest du brauchst ja naja ich kann die quest noch mal für vorne standen wie bitte wenn stein auf stufe vier abwägen möchtest du hast ganz viel da hab ich noch wasser bisschen was ist das hier ich muss Münzen sammeln ich muss Münzen sammeln jetzt habe ich die Münzen anfangs nicht genommen ich habe alle Münzen gesammelt easy game awakening run ich bin im Momentar, wenn du alles fertig hast, hast du die ganzen Quests, die grünen, dann hast du im Momentar das geholt für so eine Tür und da bist du reingehüpft? da bin ich reingehüpft ist so ein Super Mario Quest Nice, ein neuer Dagger ähm, du meinst bei hohen Attributs, ne? oder was meinst du, Tina? ich muss alle Münzen sammeln, was die Quest ja ach so, äh, das erste halt, ne? so, das ist kein der, das neue Skill gibt mir ganz eine eigene Freundin aus äh, da hab ich das gewissenes, der ist denn hier ja, ich hab keine Range warum lässt ich den ganz wer treffen, Benni? musst du dodgen, ne? hier ist ja mal ein Aufwand aufgespottener kleine Hoden ich hab auch mit geht's trageur-6 ich habe sie uns viele sachen aber ich weiß was was ist behalten wo du sagst du war das mit trading haus aber es gibt tatsächlich eine richtige bank ok das banksystem sieht aus wie ein terra tatsächlich ich habe einen täglichen login buch eingesammelt so ich könnte jetzt stein auf 4 ballern oder weiß ich nicht so dass ich wollte dafür ist der upgrade sachs und dann wenn wir das jetzt ja dem wie dann ist echt so man ohne tool weil ich pick die cup feld ja okay und raus und geben was würde tun ach jetzt bin ich wieder so kack drachen dieser komische drachen dann ist langsam auch nach dem zweiten mal langweilig er macht mir spaß wo sage ich meine faule katze schon wieder 11 mal wieder raus mal wieder raus mal wieder raus mal wieder raus Okay. Nein, der Drache ist zwar schnell weg hier. Der Loot ist auch immer genau dasselbe. Echt langweilig. So. Also dem Drache macht mir extra Spaß. Das ist echt. Ich mein, gegen Minigames und sowas hab ich ja nicht so. Das ist ja wirklich ein bisschen interessant. Mit Fallen auf dem Boden jetzt. Oh, du hast Fallen? Bei mir war gar nichts. Ist mich natürlich schwieriger, weil ich schon eine Profi bin. Wo ist Tina? Tina ist in der Hauptstadt. Ja. Ich komme Tina. Ja. 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 So, ich habe 220.000 so einen Vogel kaufen. Ich hoffe, du hast doch keinen Vogel, du Otto. Warum nicht? Willst du mal einen Vogel? Ich kann mal einen Vogel oder ein Jetboard kaufen. Du hast einen Vogel. Warum ist denn der langsamer als das, was ich schon habe? Äh, hier ist es so. Äh, hier ist es so. Äh, hier ist es so. Du hast eine neue Aura lernen. Da. War denn da? Increased Damage attacken. Oh, okay. 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 Oh, scheiße. So. Lungert ihr überhaupt drum? So, gelbe Quest annehmen und dann habe ich da wieder blau und grün. Oh, mein Gott. Was ist los? Wait. Was ist los? Wo bist du? In Deutschland. Tina, bleib mal stehen. Ist das wieder in Channel 1 oder was? Wir sind in Channel 2. Wir sind neben dir. Da bist du irgendwo in der Nähe, glaube ich. Tina auch ein. Jetzt müssen wir auf den Treuern. Der Plep. Da kommt er. Ich höre immer den Plep an auf seinem Pferd. Das finde ich super geil an BTO, dass du dich auf überall bieten lehnen kannst und sowas. Warte, schauen wir mal, was ich noch habe. Fuck. Der kann sogar fliegen. Siehste? Okay. 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 Ich würde jetzt gerne mal PvP machen. Aber ich sehe es nicht. Wo findet man das denn schon wieder? Ich komme mit diesem Inventar und UI übertrieben es nicht zurecht. Zählt das unter Dungeons? Nee. Time Attack. Goblin Cave. Ah. Arena Matchmaking Complete. Sehr gut, Tina.